Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar. NZZ Akzent Wenn viele Menschen etwas gequält auf einer Pressekonferenzbühne nebeneinander sitzen, dann gibt es meistens keine guten Nachrichten. Auch nicht am 19. März 2023. Relativ zum Ende dieser Veranstaltung meldet sich ein Herr zu Wort, der bislang noch nicht ganz so viel gesagt hat. Das ist Thomas Columbus Kelleher, genannt Colm Kelleher. Der ist in Irland geboren, in Cork aufgewachsen und dann aber in Liverpool zur Schule gegangen. Und diesen irisch-britischen Einfluss, den hört man auch raus, als er sich zu Wort meldet. Colm Kelleher ist zu diesem Zeitpunkt Verwaltungsratspräsident der UBS, das ist er auch heute noch. Das sagt er eben am 19. März 2023 auf der legendären Pressekonferenz, auf der das Ende der Credit Suisse verkündet wird. Und die UBS, bei der Kelleher ist, das ist die Bank, die die Credit Suisse schlucken wird. Eflam, ist ihm damals schon klar, also Kelleher meine ich jetzt, wie groß diese Herausforderung, die da auf ihn zukommt, wirklich ist? Ja, ich glaube, Colm Kelleher hat ein gutes Verständnis davon, was für eine riesengroße Aufgabe auf ihn zukommt. Kelleher ist ja ein Veteran von der Wall Street, er hat 30 Jahre lang bei Morgan Stanley gearbeitet, das ist eine der grössten Banken dort, und er hat auch die Finanzkrise dort erlebt. Er war damals Finanzchef und musste da auch eine grosse Bank durch eine Krise navigieren. Hinzu kommt, dass er vermutlich auch selbst ein gutes Verständnis davon hat, was alles auf diesen Büchern, auf der Bilanz der CS so schlummern könnte. Und deshalb denke ich, ja, durchaus, dass er weiss, dass da auch grosse Risiken drinstecken in dieser Übernahme. Vor einem Jahr ist mit der Credit Suisse eine Schweizer Bankeninstitution zusammengebrochen. Die UBS hat die Credit Suisse übernommen. Wie gut das geklappt hat, weiss unser Wirtschaftsredaktor Eflam Modrell, Das ist Teil 2 unserer Doppelfolge zum Untergang der Credit Suisse. Ich bin Sven Präger. Eflam, er sagt sowas wie De-Risking, also Risikoabbau. Er sagt sowas wie Tricky Business, das Sie von der CS geerbt haben. Was meint er genau? Weiss er das schon? Man muss sich bewusst sein, die Credit Suisse ist ja nicht eine Regionalbank oder eine Kantonalbank, die einfach Hypotheken vergibt. Die Credit Suisse ist eine sehr breit aufgestellte Bank, die auch eine grosse Investmentbank hat. Und die Probleme der Credit Suisse waren gehäuft in der Investmentbank. Diese hatte Produkte und Finanzinstrumente auf der Bilanz, die sehr schwierig waren zu bewerten, die sehr schwierig waren einzuschätzen, was das für Risiken bedeutet. Und auch die UBS hatte an diesem Wochenende vermutlich nicht genügend Zeit, um in aller Tiefe diese Risiken abzuschätzen. Und deshalb, denke ich, hatte die UBS-Führung auch grossen Respekt vor dieser CS-Bilanz. Wenn wir mal eine Skala nehmen von 1 bis 10, also 1 würde bedeuten, der Zusammenschluss ist kaum abgeschlossen, 10 würde bedeuten, der Zusammenschluss ist tiptop abgeschlossen. Wo liegt die Zusammenführung gerade, würde ich sagen? Ja, heute, ein Jahr später jetzt sozusagen. Das ist schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, eine 2 oder eine 3. So niedrig? Ja, weil ich denke, es sind gewisse Dinge noch gar nicht angegangen worden. Zum Beispiel der rechtliche Zusammenschluss der Tochtergesellschaften, der einzelnen UBS- und CS-Gesellschaften, muss noch erfolgen. Also das wird Mitte Jahr, kommt es zur eigentlichen juristischen Fusion. Und erst dann werden auch die ganzen technischen Aspekte angegangen werden können. Also zum Beispiel die Zusammenführung der ganzen IT-Infrastruktur. Ab dann erst wird auch die Marke CS langsam verschwinden. Also man steht in der eigentlichen Umsetzung der Zusammenführung noch ziemlich am Anfang. Warum musste es damals die UBS sein? Also was wir gesehen haben, das ist ein einmaliger Vorgang. Also es ist ja zwei riesengroße Banken, global systemisch relevante Banken, die zueinander finden. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und eine solche Sache wurde noch nie gemacht und wurde auch vor allem nie grenzüberschreitend gemacht. Das würde die Komplexität noch zusätzlich erhöhen. Ich denke auch seitens Politik war ein grosser Wille da, dass man eine inländische Lösung findet. Es ist nicht so, dass es keine Kandidaten gäbe, die interessiert gewesen wären an der Credit Suisse. Zum Beispiel eine Deutsche Bank oder auch eine BNP, die wären durchaus interessiert gewesen am Vermögensverwaltungsgeschäft der CS. Aber das dann zu vermitteln auch im Inland, wäre eine sehr schwierige Aufgabe gewesen dann für die Politik. Jetzt sagst du gerade, das waren schon zwei Grossbanken. Jetzt ist ja die UBS quasi nochmal eine grössere Grossbank geworden. Kannst du uns eine Idee von der Dimension geben, die das heute hat? Ja, die meisten schauen auf die Bilanzgrösse. Da kommt man etwa auf 1700 Milliarden Franken, also 1,7 Billionen. Das ist eine Bank, die in dieser Grössenordnung hat es noch nie gegeben, in der Schweiz. Aber wenn man das ein bisschen in Relation setzt, auch zu europäischen Banken, dann gibt es durchaus auch grössere europäischen Banken. Zum Beispiel? Zum Beispiel die französische Paribas ist grösser, die Credit Agricole, die HSBC, die Santander. Das sind rein von der Bilanz, so ein bisschen das grössere Banken. Und die US-Konkurrenten, Morgan Stanley, JP Morgan, die spielen dann in einer ganz anderen Liga. Das heisst, aus Schweizer Sicht ist die UBS sehr, sehr gross, auch mit Blick auf die Schweizer Wirtschaft und unsere Wirtschaftskraft. Aber global gesehen, und die UBS sieht sich und ist ein globaler Player, ist man vielleicht in der Top 20. Also das kommt immer ein bisschen auf die Relation drauf an. Aber ja, aus Schweizer Sicht ist es eine sehr, sehr grosse Bank. Aber es ist nicht so, dass man sagen muss, es ist noch nie dagewesen und deshalb bringt es zusätzlich nochmal Risiken mit sich, weil es auf einmal eine Dimension hat, die noch nie vorher dagewesen ist oder so. Für die Schweiz hat es eine einmalige Dimension. Das muss man schon festhalten. Aber da kommt es immer auch darauf an, was schaut man sich an. Es gibt nur schon eine Debatte darüber, was ist die relevante Kennzahl, wenn man die Risiken festmachen möchte. Nur schon darüber gibt es keine Einigkeit. Aber es dreht sich ja auch vieles jetzt auch um eine mögliche nächste Rettung. Also was passiert, wenn jetzt die neue UBS in ein Problem hereinkommt. Ja, oder man kann auch messen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das oder irgendwie sowas. Das macht wahrscheinlich finanztechnisch keinen Sinn. Das ist korrekt, das macht keiner. Das ist eine Dimension, die man so noch nie angeschaut hat, aber die jetzt von einer Risikoperspektive her auch nicht die relevanteste ist. Wir sind gleich zurück. Wir freuen uns auf Sie. Colm Callagher ist Verwaltungsratspräsident der UBS und ist nach dem Zusammenschluss oder der Übernahme der CS für momentan insgesamt rund 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Tendenz eher sinkend. Eflam, jetzt hast du ihn getroffen. Wenn man ihn auf der Bühne erlebt, wie bei der Pressekonferenz, dann wirkt er, würde ich sagen, britisch, irisch, höflich, zurückhaltend. Ist es auch das, was im persönlichen Kontakt sichtbar wird? Also ich denke, der Colm Callagher ist auf jeden Fall eine eindrucksvolle Präsenz. Man merkt, dass der Mann sein ganzes Leben in einer Bank verbracht hat. Also er kennt das Geschäft in- und auswendig. Aber was vielleicht an dieser Pressekonferenz weniger zum Vorschein kommt, ist mehr auch seine sehr direkte und joviale Art. Also er benennt auch die Probleme, ohne Hemmungen zu haben. Und das ist, denke ich, eine gute Eigenschaft. Das ist vielleicht auch etwas Unschweizerisches. Aber vielleicht braucht es eine UBS, wenn es darum geht, auch Probleme zu benennen. Trotz dieser Klarheit wollte er aber keine Statements ins Mikrofon abgeben. Fandst du ihn sympathisch? Ja, ich würde sagen, durchaus. Er weiß, wie wir mit den Leuten sprechen. Er weiß auch, wie man verkaufen muss. Ich denke, wenn man so lange Zeit an der Wall Street verbracht hat, dann lernt man das. Ja, also er hat auch eine spürbare intellektuelle Präsenz. Also im Gegensatz zu vielleicht manch anderem Banker ist er da breit abgestützt und ist vermutlich auch nicht nur ein Banker. Also man weiss es ja, er ist ein gelernter Historiker, hat ein Interesse für das byzantinische Reich. Zu Vergnügen liest er Tolkien und interessiert sich für irgendwelche Dialekte. Ja, es ist sehr, sehr überzeugend. Gab es irgendeine Aussage in dem Gespräch oder einen Moment, der dich nochmal überrascht hat? Ich denke, das hat vielleicht nicht nur mit Kelleher zusammen zu tun, aber was vielleicht die UBS allgemein sich missverstanden fühlt, ist, dass man ihr zu wenig Credit gibt, dass man zu wenig anerkennt, dass eigentlich die UBS die Situation ein bisschen gerettet hat. Das spürt man ein bisschen aus den Gesprächen, nicht nur mit Kelleher, aber auch mit anderen Topshots bei der Bank, dass das ein bisschen zu wenig anerkennt wird. Wenn man jetzt mal auf seine Aufgabe guckt, die er im vergangenen Jahr auch hatte, nicht er alleine, aber mit seinem Team auch. Was würdest du sagen, waren die grössten Herausforderungen oder sind sie bei der Zusammenführung? Ich denke, das ist eine sehr, sehr lange Liste. Fang mal an. Ich denke, das Erste war ja zuerst zu vermitteln, was das alles bedeutet, diese Zusammenführung. Ich denke, da haben weniger einen Begriff davon, was es wirklich heisst, zwei so riesen Gebilde zusammenzuführen. Mit der Arbeit haben sie ja schon begonnen. Ich meine, vor allem im Ausland wurden ja grosse Teile der Investmentbank eigentlich schon heruntergefahren. Da wurden schon hunderte, tausende Leute haben ihren Job verloren. Das ist ein Aspekt des Ganzen. Der zweite Aspekt geht es immer um den Abbau dieser toxischen Altlasten auf der Bilanz. Also effektiv um Bilanzpositionen, die problematisch sind, die zu viel Kapital binden. Das machen sie in einer eigenen Einheit. Das ist auch ein Unterfangen, das kompliziert ist, wo man auch vielleicht auf schlechte Überraschungen stösst. Das ist ein weiteres Element. Das dritte betrifft die Menschen. Es geht ja darum, dass man zwei Kulturen zusammenführt. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Ist das so unterschiedlich? Ich meine, es sind zwei Schweizer Grossbanken. Es ist ein Finanzsektor. Ist die Kultur wirklich so unterschiedlich? Es kommt auch hier ein bisschen darauf an, wo man hinschaut. Viele sagen, dass zum Beispiel in der Schweiz, dass zwischen der CS Schweiz und der UBS Schweiz die kulturellen Unterschiede nicht so gross sind. Und dass auch dort die Zusammenführung wenig problematisch ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die Investmentbank schaut, dann gibt es schon einen Tenor, der sagt, dass die Investmentbank der CS schon sehr, sehr wild unterwegs war. Und dass man diese Elemente jetzt nicht in die UBS herübernehmen möchte. Aber ja, es ist ein sehr grosses Gebilde und die Unterschiede sind schon da. Du hast das vorhin in so einem Nebensatz gesagt. Was tut man, wenn es möglicherweise der UBS jetzt auch passieren würde? Ist das ein Szenario, mit dem man sich beschäftigen muss, sollte? Also ist das so etwas wie, ich mache mal meine Hausaufgaben, deshalb gucke ich da hin? Oder ist es doch auf jeden Fall auch sinnvoll, das zu tun? Weisst du, was ich meine? Es ist eine absolut zentrale Frage, jetzt im Nachhinein das zu untersuchen. Es ist ja auch eine parlamentarische Untersuchungskommission am Werk. Aber das ist eine der ganz grossen Fragen. Wie überwacht man diese Bank? Wie macht man diese Bank sicherer? Also das ist ein Prozess, der hat jetzt erst gestartet und wird jetzt noch viele Monate und ich denke Jahre andauern. Würdest du sagen, dass sich der Finanzplatz Schweiz damit auch nachhaltig verändert hat? Verändert? Ich weiss es nicht. Ich denke, es gab einen Moment im März, also im Frühjahr, wo der Schweizer Finanzplatz nicht gut dastand. Also es war wirklich im Mittelpunkt des globalen Interesses und hätte potenziell auch der Auslöser einer globalen Finanzkrise sein können, wenn die Dinge wirklich ganz aus dem Ruder gelaufen wären. Ich denke aber, dass nach einigen Monaten, das hat schon auch mit dem Job der UBES zu tun, hat sich dieses Image gefangen. Es ist schwierig zu sagen, ob es wieder so ist wie vorher. Aber ich denke, dass so etwas möglich ist und das vor allem in der Schweiz, hat schon auch gewisse Leute aufgeweckt und aufgeschreckt. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Vielleicht, weil man sogar beweisen kann, wir können das hier managen. Also es ist eine Krise, die vorher so nie da war und auch die kriegen wir hin. Ja, also ich finde, das Szenario hat unter dem Strich gut abgelaufen. Es hätte auch anders auskommen können. Wo sind wir in einem Jahr? Ja, in einem Jahr sind wir immer noch in der Aufarbeitung, denke ich, dieser Übernahme. Die UBES wird immer noch am Integrieren sein. Sie hat immer noch viel Arbeit vor sich. Aber ich denke, Fortschritte werden geleistet werden. Ich hoffe vor allem, dass wir mehr wissen, dass auch die Verantwortlichkeiten künftig klarer sind, wer was zu machen hat in einer solchen Krisensituation. Aber ja, ich denke, die Aufarbeitung dieses historischen Vorfalls wird nicht abgeschlossen sein. Vor einem Jahr ist bekannt gegeben worden, dass die Credit Suisse von der UBS übernommen wird. Wie dieser Zusammenschluss in den ersten zwölf Monaten funktioniert hat und wo die neue Grossbank heute steht, EFLA Modrell hat es uns erklärt. Vielen Dank für die Einschätzung. Danke dir, Sven. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Sven Präger. Bis bald. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.